Hallihallo meine Lieben und herzlich Willkommen zurück zu INSIDE. So, ich hatte ja, also wir sind jetzt hier ganz unten. Ich würde aber ganz gern, hier haben wir jetzt alle geholt. Aber es gibt ja immer noch, es gibt noch immer einen Hebel dahinten, wo war das, oh nein. Okay, ich weiß nicht, warum ich das jetzt sah jetzt. Ich kam gerade nämlich nicht drauf, wie wir das drücken sollen. Es ist der mittlere Weg auch. Da bin ich mir sogar zu 100% sicher. Dahinten war noch ein Hebel. Wir müssen irgendwas mit dem Hebel machen. Es geht eigentlich gar nicht anders. Alles, was hier passiert, muss man benutzen. Puh, mir ist so warm. So, hier war irgendwo der Hebel. Die Viecher kamen, also die Menschen kamen ja nicht hinterher. Ach, ich sehe da auch, da sind sogar welche. Pass auf, das muss gehen. Oh, fuck, es geht sogar. Ah, ich sehe schon. Okay, ich sehe. Abpassen. Und ganz oben war auch ein Gang, das weiß ich auch noch. Vielleicht sitzen da noch welche, weil ich glaube, wir haben nicht 20 Personen. Eins, zwei, drei. Es ist jetzt auch so schwer, die zu zählen, weil die immer alle so hintereinander laufen. Also so ineinander, hintereinander, ich weiß nicht genau. Aber es ist nicht schlimm. Einfach mal nachschauen und gucken, ob wir da oben jemanden vergessen haben. Genau, links war ja der Käfig. So, und hier ist auch noch so eine Öffnung, da müssen wir eigentlich rüber. Jawoll. Mal gucken. Äh, ne. Okay, hier liegt nur einer. Können wir den denn, yo, Tatsache, wir können den echt mitnehmen. Schieben jetzt hier Leichen durch die Gegend. Sehr angenehm. Und wir schmeißen den runter, okay? Und wir müssen jetzt auch nach unten. Und ich glaube, jetzt haben wir... Warum die sich allerdings so umischieren, wie die Motten zum Licht, das verstehe ich immer noch nicht. Ich meine, klar, wegen dem, da können wir sie steuern mit, aber trotzdem. So, da hinten liegt... So, da hinten liegt... ...wau, was ist das? Okay, wir werden hier runtergeschleudert, wir müssen uns jetzt Puh, jetzt scheiße sind sie gepennt. Okay, noch mal. Wow. Ja, was ist das denn, was so eine riesen Welle machen kann? Den müssen wir dahinter kriegen, hinter die Leiter. Jawohl. Aber was hätte ich denn da machen sollen? Ja. 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 Es dröhnt gerade irre laut. Ich habe eine Idee. Ich weiß, was wir machen müssen. Wir dürfen das Ding, glaube ich, gar nicht anhalten, oder? Nein. Eh? So, und hier kann ich aber nichts machen. Hier vielleicht? Hä? Yo. Saubere Arbeit. Hm. So ist das schon sehr richtig. Aber der Rest? Oh. Oh. Diese Musik macht mich echt wahnsinnig gerade. Das schaffe ich nicht. Hm. Yo. Oh. Oh man. Hm. Denk nach. Oh. 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 Die Oh wow 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 Oh jetzt darf mir kein Fehler passieren ey Wow, fuck, 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 wie geil Oh mein Gott Entschuldigt, dass ich dabei gerade leise war Nein Oh scheiße Nein, bitte nicht nochmal Oh nein, achso, ich dachte schon Nein Fuck, ich sterbe Scheiße Nie Na, oh, jetzt Mann Ich raste hier aus bei dem Spiel Ah, jetzt war ich zu schnell Ja Lecko mio, ey Ehrlich Oh, das Geräusch macht mich total Auf dem Ohr Auf dem Ohr Nein Ich habe nicht drüber nachgedacht Scheiße Ohr Ohr So, hier warten Ohr Ohr Ah, fuck, was, wie soll das denn gehen Hä Warte mal, vielleicht ganz hinten anpacken Das hilft ja nicht Aha, warte mal, so müsste das Ja, 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 oh Ohr Ohr Mein Gott, war das knapp Ohr Mein Gott, war das knapp Jetzt bin ich irre bespannt Sklines Ohr Ohr Ich will nicht mehr Ich habe es geschafft, ich weiß zwar nicht was ich geschafft habe, aber ich habe es geschafft. Ich glaube nach oben oder unten, keine Ahnung, nach unten war klar, warum auch nicht. Nein! Nein! Oh nein 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 Raus 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 Na na na! Ỹ la da! Oh Gott. Aha, ich sehe. Okay. Lange gedrückt halten, dann mit dem Seil rüberschwingen. Alles klar, das kann ich. Ich sag doch, ich kann das jetzt bitte. Keine Hunde, ey. Ich hab nichts gegen Hunde. An sich. Oh nein. Die Wasserperle. Dieses komische The Ring Wasser Vieh. Oh nein. 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 Ich hab Angst, dass sie hier reinkommt, ey. Was zum... Hä? Ach so. Ah. Hä? 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 Verstanden, verstanden. So rum. Wieso? Hä? 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 Ja. Äh? Das haben wir auch geschafft. Anna, ich will nicht da runter. Was am Mädchen? Oh Gott. Oh Gott. Ah! Fuck, 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 fuck. Oh, Mama. Die Hände sind mich immer fast am schnappen, ey. Oh. Ich hasse sowas. Oh na, was? 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 Das kann nicht richtig sein. Ähm, fehlt da nicht irgendwas? Oh Gott. Hallo? Da fehlt doch was. Bitte sag, dass mir da was fehlt. Oh mein Gott. Oh mein Herz. dieses wie geht gar nicht was zum was ähm 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 ich weiß nicht was es bringt was macht das mit uns ich würde es nicht sehen was soll ich denn da machen lecko mio ey was soll ich tun sag mir spiel sag mir einfach mal was ich machen soll dann mache ich das auch gott der schnelle tod hier ey ah das schaffe ich nicht guck mal da läuft irgendwas falsch was muss man machen was muss man tun okay ich glaube ich muss die irgendwie am haken kriegen das hält sich zwar ziemlich scheiße an aber ich glaube das ist so unsere einzige möglichkeit okay da hat sie mich da war ich jetzt nicht schnell genug okay ähm ja jetzt fängt es an nur noch nervig zu werden mich interessiert ja echt was das für ein vieh ist das muss an der letzten stelle passieren wo der wirklich am tiefsten punkt ist was ich weiß nicht wie ich das abpassen soll vielleicht abspringen was mit einer abgespringen es ist nicht ein bisschen abspringen war ganz scheiße Da hat sie mich jetzt Ja ist klar, sie war zu nah Was will sie denn von mir? Ich weiß das nicht Ich hab nichts da, was sie haben kann Hier muss irgendwas passieren Irgendwas hier mit dem Ding Wir müssen die wahrscheinlich wirklich An den Haken kriegen Scheiß abpassen Das funktioniert nicht Kannst du mir sagen, was du willst Ah, warte mal Wir können ihn ja noch bewegen Das hat nichts gebracht Da Sie hebt die Hände nach oben Ich verstehe es einfach nicht Ich Da, und dann hat sie mich Das ist So geht das nicht Oh Leute, ich muss mal echt mal ein bisschen ausprobieren Ehrlich Man sitzt sich ja jetzt hier die ganze Zeit fest, oder? Ich weiß nicht, was sie von mir will Ich schätze mal, dass so ist richtig Und dass wir so locken müssen Ich wollte nach oben Aber der ist nicht raus Und dann an den Haken Ist der nicht Ist schon total genüsslich, ey Was geht mit dem gerade Ich verstehe das nicht Da Sie hebt ja die Hände Aber ich weiß nicht, wie ich die fassen soll Oh komm Leute, ich mach mal Schluss Und guck mal nach Also überleg mal ein bisschen Das kann ja nicht so angehen Ich sag tschüss Bis zum nächsten Mal Oh no Oh no